So, dann würde ich sagen, ich bin soweit, dann fang mal einmal an. Also, heute Freitag-Stream, wir starten einmal gleich rein. Mal gucken, Overlay müsste soweit alles hinhauen. Guten Abend, Herr Lüchen, nochmal der Stelle. Hi. Ähm, so. Natürlich, Bot-Check. Ja, der muss ja auch funktionieren. So, Michael, guten Abend, Herr Lüchen. So, also mittlerweile, ich habe eine Stichseel-Hilweste gefunden. Ich glaube, das letzte Mal sogar. Das ist eine normale Folge, nicht im Livestream gewesen, sondern eine normale Folge. Mittendrin sind natürlich Folgen aufgenommen worden. Mittlerweile läuft ja auch die Staffel. Dazu vielleicht dann gleich ein bisschen mehr, aber, ja, so sehen wir momentan aus. Ich stehe momentan vor, oh, ich kann mir über die Zahl nicht merken. B-4-Dorf? Ich weiß nicht, mein Lieblingsdorf. Das ist, glaube ich, B-4. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Könnte auch D sein. Keine Ahnung, wir gucken gleich nach. Ist auch egal, wir stehen auf jeden Fall davor. Wir werden jetzt einmal Richtung Händler fahren, beziehungsweise wir werden jetzt einmal ins Gefängnis gehen. Das steht erstmal auf der Liste drauf. Vielleicht ganz kurz noch bei der Burg vorbeischauen, einfach weil es nichts wirklich lohnt. Dann werden wir uns endlich Waffen organisieren, bessere Waffen organisieren. Aber für den Livestream zeige ich mal ganz kurz, was hat sich denn in der letzten Zeit getan. Und vielleicht für den einen oder anderen so ein kleines Recap nochmal. Das hört sich an, wie wenn ich meinen Zaun zurückgesetzt hätte. Ich hoffe nicht. So. Achilles, guten Abend, Herr Lüchen. Oh, wir haben Nacht. So, 54 Humpunkte momentan auf dem Tag aus 7400er Konto stand. Wir haben einen Drahtcher mit einer Tür. Die Tür habe ich das letzte Mal gefunden. Zusätzlich haben wir bereits wieder Loot eingesteckt. Und zwar Schraubendreher ohne Ende mittlerweile. Eine Verkaufengiste, die, ja, mit ein einziges Mal looten relativ voll geworden ist. Und ich würde mal sagen, das sind knappe, ja, 5.000 bis 10.000. Irgendwas in, ja, sagen wir mal, 7.000 bis 8.000 müssten da hier drin sein. Locker, denke ich mal. Allein das, allein das Dao ist bei 2.000. Also irgendwas um die, ja, 7.000, 8.000, 9.000 dürften hier drin sein, grob in der, in der Kiste. Ballenkiste mittlerweile auch relativ gut gefüllt. Und wir werden jetzt heute einmal Waffensuchung gehen. Benzin haben wir auch ordentlich am Start. Also da haben wir keinerlei Probleme mehr. So, jetzt drehen wir aber erstmal hier die Zeit auf. Ich würde mal sagen, 8 Uhr. Schönes Setting. So. Michael, guten Abend, Herr Lüchen. Kommt Wanni dazu? Ihr müsst euch enttäuschen. Ähm, Wanni leider heute immer noch nicht am Start. Ähm, hat private Gründe, die jetzt nicht schlimm sind, aber, äh, hat private Gründe. Nächste Woche hat sie mir allerdings versprochen, ist sie wieder dabei am Freitag. Ich vermisse sie genauso sehr wie ihr. Macht immer Spaß mit ihr zu spielen. Aber heute erst nochmal solo unterwegs. Ihr müsst leider mit mir Vorlieben nehmen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt klar mit mir. Ich bin der PP. Ich mach hier Videos. Hi. Ähm, ich bin ganz nett. Ich mag Sonnenuntergänge und lange Spaziergänge. Wir finden die Fehler. Ähm, es gab jetzt mal einen guten Abend, Herr Lüchen. Sven, guten Abend, Herr Lüchen. Hallo, hallo, hallo. Oh. Ähm, okay. Dann halt nicht. BTF? Was zur Hölle? Das fängt super an. Warum? Hä? Warum? Vor allem Mil... Was? Warum Militärische? Ich bin im Wald. Das ist nicht mal mehr Stadt. Ich stehe vor der Stadt. Hier. äh, C3 ist es übrigens, die Stadt. WTF? Heute Let's Dance mit PP. Um Gottes Willen. Gibt's das noch? Das gibt's noch, oder? Wobei, wieso sollen sie es absetzen? Das Ding hat wahrscheinlich Einstellcode nur ein Ende. Okay. Ja. So viel zu... Ich glaube, es wird jetzt sehr ungemütlich. Äh, könnte zumindest sein. Was soll... Vor allem nur Militärische. Hier war noch einer. Hinten war noch einer. WTF? Ich wollte nur was erklären. Entschuldigung, Spiel. Dann halt nicht. Manelli, guten Abend. Okay, also. Auto passt. Bogen passt. Schraubendreher haben wir... Bis zum Abwinken. Wir haben mittlerweile drei Magazine für die M9. Die sind voll. Wir haben einiges an M9-Munition. Ein bisschen was selbstgecrafted. Das haben wir dabei. Ach, guck mal. Das hier muss noch rausgeladen werden. Das können wir alles noch verkaufen, das Zeug hier. Das haben wir noch gelootet. So, dann packen wir einmal ein. Also, folgender Plan. Wir werden ganz gemütlich erstmal kurz mit der Burg starten. Danach wird es allerdings gleich richtig hardcore. Wir gehen ins Gefängnis. Und gucken mal. Triemel, Micha und ich sind parallel am Zocken. Ah. Ja, da wünsche ich gute Loot euch. Ich hoffe, ich ziehe auch irgendwas Sinnvolles heute raus. 55 Ruhepunkte. Läuft. Erste Ruhepunkt haben wir heute schon verdient. Einwandfrei. Mit 50 Ruhepunkten. Wir können beim Händler endlich bessere Pfeile kaufen. Ab da bin ich sowieso unaufhaltsam. Habe ich mich gerade verfahren? Ne, ich habe mich nicht verfahren. Und ja, also soweit jetzt erstmal der Plan. Wie gesagt, ganz kurz in die Burg reingucken. Aber nur die Grundbasis-Dinger looten. Einfach, weil ein Schwert bringt 1000 Dollar. Also, ganz ehrlich, da nicht vorbeizugucken, wenn man vorbeifährt. Ist mal selber Schuld, mir heute weniger. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch so anstellen werden. Aber wie gesagt, die Liste ist pickepacke voll. Vor allem brauchen wir Waffen. Und zwar Waffen sämtlicher Art. Sollte es heute zu irgendeinem Zeitpunkt... Ich habe ein bisschen was umgestellt. Ich habe ein bisschen Zeug bei OBS eingestellt und so weiter und so fort. Sollte es zu irgendeinem Zeitpunkt ruckeln oder irgendwas anderes beschwert euch bitte massiv im Chat. Ich werde dann versuchen, darauf einzugehen oder dagegen zu wirken. Ich habe allerdings, ähm... Ja, paar lustige Dinge eingebaut und umgestellt. Mal gucken. Die werdet ihr heute nicht sehen, aber demnächst. Und ich habe die Hoffnung, dass es funktioniert. Wo ist Wanni? Fässige Hallöchen. Wanni ist heute leider nicht da. Aber nächste Woche, hat sie mir versprochen, ist Wanni wieder da. Nächste Woche haben wir wieder volle Wanni-Power. Ist zwar doof, weil ich dann niemanden habe, der meine Leiche aufsammelt. Aber reib mich jetzt... Ich muss mich mehr konzentrieren. Ich merke schon, ich verfarme mich gerade, oder? Ne, wir sind noch richtig. Noch sind wir richtig. So, also wir looten jetzt einmal ganz kurz dadurch. Einfach um reinzukommen. Wobei das Reinkommen hatten wir gerade schon. Also Aiming funktioniert noch. Headshots kann ich noch verteilen. Die BI-Zahl setzen wir einmal runter. Irgendjemand hat mir heute in die Kommentare geschrieben, dass... Ich weiß gar nicht. Ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr wiedergeben. Irgendwas mit einer Kabel... Eine Kabelmaus hat mehr DPI oder sowas. Das kann man übrigens einstellen. Das kommt auf eure Maus an. Nur mal so am Rand. Das hat nichts mit Kabel oder Nicht-Kabel zu tun. Aber irgendwie sowas stand da drin. Ich fand es sehr komisch. Wir brauchen einmal Klonotten. Das Ding hier können wir reparieren. Denn uns ist etwas fröstelig. Das ist kein Problem. Wir haben noch genug Wechselkleidung dabei. Ich habe vorgesorgt. Zusätzlich habe ich ein paar Peile, wie ihr seht. Und so weiter und so fort. Und wir haben zwei in der Jarten Schraubendreher dabei, die wir niemals alles brauchen werden. Und wir haben Hunger. Hatte ich nicht was gegessen noch? No, anscheinend nicht. Dann hau mal eines rein hier. In der Hoffnung, dass jetzt keiner kommt. So. Bin auf Twitch wechseln. Das Bild ist hier deutlich schöner. Ja, dann gerne auf Twitch wechseln. Je nachdem, wie ihr möchtet. Wie war euer Wochenende? Achso, ich wollte gerade sagen. Wie war euer Wochenende? Wir haben erst Freitag. Aber nee, Woche. Woche. Sehr, sehr stressig bei mir. Aber sonst okay. Welche Leiche bin verwirrt? Du stirbst doch nicht. Ja, Wanni hat tatsächlich in dieser Staffel meine Leiche geludigt. Das war Weltpremiere. Ich muss auch zugeben, der Tod war... Ja, er war ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber passiert halt. Passiert auch mir. Ich sterbe auch ab und zu. Es soll vorkommen. So, wir nehmen wieder Metallschrott mit. Wir haben gelernt, in dieser Staffel leider erst, immer mal wieder die Autos einfach mitzunuten und so weiter. Und das spart dir sämtliche Besuche beim Schrottplatz. Wieso frieren wir immer noch? Mehr Klamotten. Gut, wir sind gleich im Schneebeam. Da kann ich noch eine Jacke anziehen. Aber wir haben jetzt massiv viele Klamotten an. Wäre toll. Okay, gerade reingespawnt. Wir haben ein kleines Problem mit den Spawns seit dem Hotfix. Oder ich habe ein kleines Problem vor allem mit den Spawns seit dem Hotfix. Die Spawns sind einfach nur noch scheiße, ehrlich gesagt. Es kommen viel zu wenig Puppets mittlerweile. Und immer mal wieder kommen ganz viele. Aber zu 99,9% kommen fast gar keine. Was mega bekloppt ist. Hotfix von Rage sieht irgendwie doof aus. Ja. So, wo ist er? Man weiß es nicht. Er hat uns gehört. Keine Ahnung, müssen wir ausgraben. Sonst können wir hier nicht... Da. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Okay. Mal hinter der Mauer direkt. Hätte auch sein können, dass der oben spawnt. Also teilweise spawnen die auch oben. Wie sofrieden bist du? Das war unglaublich. Hä? Sonst, wenn der hinter mir wäre... Ah, ne, da. Okay. Ähm, jetzt klären wir noch ein bisschen was zum Spawnverhalten. Das kann nicht bestehen mit den Puppets. Doch, leider. Äh, ich hab die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, hab ich wieder die große Stadt gelootet. Ich hatte, äh, glaube ich, fünf Puppets in der kompletten Stadt. Was absolutes No-Go ist, ehrlich gesagt. Das Metallschwert ist leider nicht viel wert. Die Bolzen sind auch nichts wert. Aber hier diese Kisten kann man halt mal schnell mal mitlooten. Und wenn wir halt ein normales Metallschwert finden... Alter, frieren wir. Haben wir halt gewonnen, praktisch. Deswegen hier mal kurz die Kisten mitnehmen. Kann ich sehr empfehlen, wenn der hier gerade eh sowieso vorbeifahrt, weil der zum Händler fahrt. Okay, wir finden leider gerade nur die Metallschwert. Die sind übrigens nichts wert. Die hier. Also wirklich gar nichts. Die lohnt sich nicht. Okay, dann können wir eigentlich schon fast wieder gehen. Haben wir noch ein paar Kisten. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier sind natürlich auch... Ja, hier direkt hinter der Mauer steht einer. Ja, das ist massiv ungünstig. An den komme ich nicht ran und er kommt nicht zu mir. Ja, wir lösen wir nur eine Horde aus. Wir gehen gleich hoch. Schade. In den Markisten hätte allerdings zwei, drei Schwerter drin liegen können. Das wären zwei, drei tausend gewesen. In den Türen sind immer welche. Meistens ja. Ja, aber ich will jetzt nicht hochkleiden. Ich will euch nicht schon wieder nerven, wie ich die Burg loote. Es ist zwar an und für sich sehr lukrativ, immer wieder die Burg zu looten für euch, aber wahrscheinlich ein bisschen langweilig für mich auch. Baby, ich weiß nicht seit Tagen, was zuerst gucken soll. Folge Staffel... Äh... Folgen Staffel 8 oder Staffel 9? Ja, ich würde Staffel 8... Ich bringe extra Staffel 8 folgen. Um 14 Uhr raus. Staffel 9 folgen um 18 Uhr. Theoretisch. Gut, man braucht die Zeit dafür. Ich weiß, ich bin auch arbeiten übrigens zu der Zeit. Aber... Weiß ich nicht. Ich würde halt... Beides gucken und am Wochenende vielleicht Staffel 8 gucken und so unter der Woche Staffel 9 gucken. Oder umgekehrt. Je nachdem. Ich meine, es rennen euch ja nicht weg. Sind wir mal ehrlich. Ihr verpasst nichts. Ähm... Okay. Hat er da unten reingezogen. Hätte jetzt doch sein können, dass er die auf die Straße legt. Wir ziehen mal noch die Jacke an, sonst frühen wir uns hier den Arsch ab. So, ich fahre mal ganz kurz hoch. Dann fahren wir jetzt einmal... Also wie gesagt, wir werden jetzt einmal durch das Gefängnis looten. Das wird relativ spannend, weil wir nur eine Handfeuerwaffe haben als Backup, wenn eine Horde kommt. Aber ich habe momentan ein kleines Problem mit dem Horde-Spawn. Und zwar... Oder mit dem Spawn allgemein. Horden eher nicht so. Aber Horden hat man keine. Oder selten. Liegt aber daran, weil ich halt tatsächlich relativ effizient Kopfschüsse verteile. Deswegen haben wir so selten Horden. Ähm... Problem ist, die Spawns momentan. Ich finde es absolut grauenhaft. Es kommen ab und zu mal ein paar. Jetzt nicht übertrieben viele. Es sind gefühlt wirklich viel weniger, wie es vorher war. Ähm... Ab und zu kommen mal fünf, sechs Stück. Ähm... Aber normalerweise hast du drei, vier Zombies. Und selbst in der großen Stadt hast du drei, vier Zombies. Und ich finde das absolut viel zu wenig. Also... Wenn sich das heute, die ganze Stream so durchzieht, werde ich den Server massiv anheben müssen. Damit wir wieder eine Schwierigkeitsgrad erreichen, wo ich sage, ja, das ist schwer. Weil momentan ist es in der großen Stadt zumindest, das ist reiner Free Loot. Und wir haben in den militärischen Läden, haben wir drei Zombies. Wenn überhaupt, ich hatte zwei Zombies. In den militärischen Läden. Äh, das ist viel zu wenig. Das ist viel, viel zu wenig. Das ist mir alles viel zu... Viel zu einfach. Wir wollen es hier schwer haben. Oder ich will es auf jeden Fall schwer haben. Der Rest muss leider dann mitziehen. Aber momentan ist es echt, das ist... Das ist grauenhaft. Du hast fast keine Puppets mehr. Ab und zu muss ich aber auch sagen, ab und zu kommen mal dafür gleich fünf, sechs Stück auf dich zugerannt. Und dann hast du Action, aber das passiert alle zwei, drei Stunden mal im Moment. Also das ist halt verschwindend gering, leider. Deswegen, wir müssen mal gucken, wenn sich das heute in den ganzen Streams so durchzieht zum Beispiel, dann werden wir was dagegen tun müssen. Schon mal als kleine Vorwarnung an die Leute, die hier auf dem Server spielen. Ich habe mich schon hier erfahren. Habt ihr auch zu wenig? Also ich habe tatsächlich zu wenig. Ihr seht es ja auch in den Folgen. Ähm... Kann es sein, dass mich... Hä? Bin ich bescheuert? Ich habe den Weg gerade nicht gesehen. Bin noch ein bisschen sehr unaufmerksam, glaube ich. Das könnte fatal werden am Ende. Aber wir gucken mal. Ich habe den Weg gerade nicht gefunden. Da ist das Gefängnis, aber wir gehen von vorne ein. Waffeln waren aus fünf bis sechs. Aber das Problem waren die von, äh... Runde herungekommen sind. Ne, aber wir hatten... Also ich möchte nur daran erinnern. Wir hatten 20 für einen Waffelladen geplant. 20, nicht fünf bis sechs. Fünf bis sechs ist immer noch zu wenig. Nur mal fürs Protokoll. Ich meine, das ist ein Waffenladen. Das Ding soll schwer sein zu looten. Und nicht fünf Zombies ausschalten. Fünf Zombies ausschalten ist... Ist die... Ist... Nicht mal die Norm eigentlich, was du hast in einem normalen Dorf. Selbst da sollten es weitaus mehr sein. Deswegen, es sind momentan... Die haben irgendwie die Spawns manipuliert seit dem letzten Hotfix. Haben weniger Spawns gemacht. Was so immer. Mir gefällt es auf jeden Fall überhaupt nicht. Es ist einfach viel zu wenig. Ist der Sentry nicht da? Ah doch, der dreht gerade. Ähm... Jetzt ist die Frage, ob wir gleich reinrennen wollen. Eigentlich bin ich vorbereitet. Fünfzehn. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich, oder? Okay, also. Einmal ins Gefängnis. Ich werde dann versuchen, wieder in den Chat zu schauen. Guten Abend, Hallöchen. Noah! Äh, ich schaue immer mal wieder in den Chat rein. Aber bei manchen Sachen, gerade Gefängnis und so weiter, brauche ich ein bisschen Konzentration. Wenn jetzt hier eine Horde kommt, haben wir nämlich ein Problem, weil ich nur eine 9 Millimeter habe. Mit der wir, ähm, zurechtkommen können. Ich habe auch drei Magazine immerhin, aber es ist echt keine leichte Nummer. Wenn wir unten eine Horde haben, haben wir ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Um nicht zu sagen, ein gigantisches. Zweiter Rucksack eventuell. Nee, einer müsste reichen. Hier überall die neuen Büsche, das ist auch krampig. Nur fürs Protokoll. Oh, wir gucken einfach mal. Ja, wir haben jetzt... Ja, wir haben die Puppets wieder drin. Na, hat er mich gesehen? Äh, Nico Hammer, danke fürs Follow. Vielen herzlichen Dank. Willkommen, willkommen. So, jetzt haben wir... Wir haben drin massiv viele getriggert, die nicht rauskommen, normalerweise. Aber uns eine Horde bringen könnten. Und die Horde weiß dann, wo ich bin. Also, schwierig. Ah, sogar Mini-Mini-PB, äh, Mini-PB Gaming-Fan. Vielen herzlichen Dank, Nico Hammer. Vielen Dank. Außer, sie backen sich durch die Wand. So, wir müssen warten, bis er weg ist, der Dude. So, wir gehen den normalen Weg rein. Ey, ihr seht's auch hier schon. Wo sind die Puppets? Wo sind sie? Weg sind sie. Ich finde Respawn viel zu schnell. Ansichtssache. Aber Respawn geht noch. Also, ich finde, es ist noch okay. Ja, aber es soll auch so sein, weil wirklich halt wenig Puppets kommen. Momentan. Das ist einfach ein Problem. Yes, Armierungsschneider. Ja, okay. Da war doch noch einer. Armierungsschneider, den brauchen wir. Äh, für die Werkbank. Ich brauche nur eine Bohrmaschine. Okay, Ziel ist allerdings unten. Logisch. So, Tür zu. Ein Pfeil weniger. Shit happens. Solange die mir keine Horde rufen, ist alles okay. Was allerdings jederzeit der Fall sein könnte. Okay, weiter geht's. Den oben ignorieren wir, bis wir den ausgegraben haben. Wir laufen weit genug, dass sie normalerweise kein Problem darstellen sollten. So. Tür und zu. Ganz wichtige Nummer. Da liegt... Das müsste Toast sein. So, wir sind drin. Ich hätte vorher vielleicht noch die H-Klammern machen können. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Drei, zehn. Autocraft. Der Loot-PP. Wenn er unten ankommt, ist er voll. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Können wir einen Streamern machen. Discord können wir vergleichen. Selbst wenn ich durchgehend Glück hätte. Wir spielen auf dem gleichen Server. Wenn ihr da noch ein Pech habt und ich Glück habe, ganz ehrlich, über drei Stunden glaube ich das nicht mehr. Ab und zu, ja. Ab und zu habt ihr mal weniger Zombies, ich mal weniger Zombies. Vielleicht habe ich immer weniger Zombies, aber über drei Stunden, ehrlich gesagt. Irgendwo müssen wir halt die Kirche im Dorf lassen. Irgendwo passt es dann nicht mehr. Irgendwo sind wir dann. Yes. Geil. Ohne Rotpunkt-Visier. Wir haben eine gesilencede Wall. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Magazine für die Waffe. Aber wir haben eine gesilencede Waffe. Checkpot. Checkpot im ersten Schrank. Mal gucken, was Rest so hergibt. Erster Schrank ist schon mal Checkpot. MP5 wäre noch cool gesilenced. Die schieße ich einfach lieber. Da ist eine MP5, aber keine gesilencede. Hallo, ich habe gesilenced verlangt, Spiel. Mauri, guten Abend, Herr Löcher. Ich sagte gesilenced. Nur fürs Protokoll. Möchte mich ja nicht beschweren, aber... So war der Call. Okay. Waffen sind eh für einen Arf und Schalldämpfer. Ne, ich brauche halt... VSS, nice. Ich brauche halt die Waffen. Wahrscheinlich wir auch. Ich brauche die Waffen dafür, mich zu verteidigen, wenn eine Horde kommt. Mit Waffen kannst du selber weniger anfangen. Das ist leider nach wie vor so, was sehr, sehr schade ist. Aber für eine Verteidigung gegen eine Horde ist eine 30-Schuss-Waffe. Egal welche. Gerade eine gesilencede Gold wert. Die gesilencede übrigens ist sinnvoll. Okay. Okay. Okay, danke. Läuft. Ähm, wir müssen gleich umbauen. Und zwar massiv umbauen. Schön. Wir müssen nicht mehr umbauen. Hat sie erledigt. Alles gut. Wir müssen ja nur wieder rauskommen. Geil. Zweiter Rucksack. Hab ich... Ich wusste, dass... Chun-Li, ich wusste, dass da ein zweiter Rucksack kommt. Den nehme ich nicht extra mit. Deswegen... Da kommt sehr viel Loot raus. Wie gesagt, Gefängnis ist... Der Nonplusultra-Loot liegt im Knast. Nach wie vor beste Loot-Location ever. Mit unendlich viel Abstand. Aber wirklich unendlich viel Abstand. Ich glaube, da können die ja... Zumindest die, die Streams gucken und alles. Alter. Mit einstimmen. Allein die Munition, die wir rausgezogen haben gerade schon. Und die Waffen. M9-Magazin. Geil. Mega nice. Müssen wir aufpassen. Rucksack natürlich in der Pfote. Schwieriger zu agieren. Gegen die Puppets. M9-Taschenlampe. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen. UMP-Magazin. Nice. Taschenlampe. Nice. Mega Loot. Torpedo-Fabrik ist für die Tonne. Torpedo-Fabrik, da ist noch nie was Gutes rausgezogen. Seit Ewigkeiten nicht mehr. Ach ja, wir müssen die Diedriche mitnehmen. Die hier rumliegen. Torpedo-Fabrik war die letzte Zeit... Torpedo-Fabrik. Nur Horden. Sprenger. Beinahe immer draufgegangen. Scheiß Loot. Pia. Guten Abend, Herr Lürchen. Okay, Ferngläschen. Aber der Loot hier. Gottgleich. Ganz ehrlich. Eine VSS. Eine AS-Wall. Eine SCAR. Eine UMP. Noch eine... Nee, eine MP5. Noch eine MP5. Keine gesilenced, aber hey. Zweimal MP5. Allein das, was wir ja Loot eingesteckt haben, sind 10.000. Gerade hier. Und noch mal eine AKM. Hier. Das ist einmal Loot durch die... Das ist unglaublich. Das ist einmal hier durchlooten. Einmal durch den Haufen durchlooten. Mehr ist es nicht. Besser geht's nicht. Ich packe mal die SCAR, falls wir den Rucksack aus irgendeinem Grund verlieren sollten hier rein. Aber ich sehe keinen Grund, wieso wir den liegen lassen sollten. Ich werde Teufel tun. Da muss schon eine Horde kommen und mir der Arsch auf Grundeis gehen. Dass ich den Rucksack fallen lasse. Schere. Cool. Gehhilfe. Auch nochmal 200 Dollar. Wir müssen ein bisschen aufpassen, je schwerer wir werden, desto lang... Ja, naja, naja, langsamer nicht wirklich. Das rechnet das Spiel noch nicht so um. Aber wir werden tatsächlich ein bisschen bewegungsärmer. Was das angeht. Cool, wir werden noch eine Schnelltaste für den Rucksack hinschmeißen. So. Wir gehen jetzt aus dem anderen... Also wir gehen anders jetzt raus. Wobei... Ja, komm. Ja, wir nehmen alles mit. Hier müssen wir aufpassen. Hier können tatsächlich Puppets drin spawnen. Oder unten sein. Die können aber auch nochmal Waffen in den Kisten liegen. Cool wäre jetzt noch eine Bohrmaschine, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ja, Schachtel mit Bolzen, die können wir mitnehmen. Einzelne Nagel. Wir brauchen zwar momentan noch Baumaterial, aber... Dafür ist... Der Loot, den wir jetzt haben, viel zu wertvoll. Dass wir irgendwelchen Blutzen bauen. So, hier nochmal schnell rein. Baseballschläger. Ist egal, kriegen wir nicht mehr mit. Würden wir schon mitkriegen. Müsst ihr jetzt umsortieren. Oh, ich will hier raus. Der Loot, den wir haben, ist krass. Zwar so richtig. Oh, raus hier. Perfekt. Der Sentry ist auch gerade gegangen. rein, raus. Zwei Rucksäcke, voll mit Waffen. 10.000 Dollar. Ist eine Sache von 5 Minuten gewesen. Zwei Puppets, die wir töten mussten. Ne, überhaupt nicht. Haben wir überhaupt ein Puppet getötet? Doch, zwei. Der läuft auch gerade weg. Muss ein bisschen aufpassen auf meine Ausdauer. Wir sind aus dem POI draußen. Hier, und das meine ich halt. Es spawnen keine Zombies. Und das ist scheiße. Oh, Michael. Vielen herzlichen Dank für die Spende. 3 Euro. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Für den geilen Loot. Vielen Dank. Ich dachte, PB-Würste durch 40er-Schraubenzieher mehr als alles andere. Warte, Jessica. Ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal was. Hier ist einer. Und irgendwo... In irgendeiner Kiste ist noch einer. Wir haben zwei. Der Loot ist krank. Gefängnis. Theoretisch wegfahren, wieder Gefängnis reingehen und so weiter und so fort. Und das ist momentan da das Problem. Ihr seht's ja. Wie viele Puppets wir jetzt hier im Gefängnis hatten. Das ist halt scheiße. Und das haben sie mit dem letzten Hotfix haben sie so irgendwie kaputt gemacht. Ich hatte noch nie davor wir haben eine Weile gespielt auf Flipsover. Die komplette Staffel 8 praktisch. Auch einen Monat mit diesen Einstellungen wie wir sie jetzt haben haben wir gespielt und es waren nie nie so wenig Puppets. Wir hatten ab und zu mal Glück. Da waren's weniger. Aber das selbst weniger heißt trotzdem 10 mehr. Minimum. Und deswegen das ist viel zu leicht. Das Problem ist jetzt müssen wir irgendwie wieder ein neues Balancing finden wie wir den Server einstellen damit er wieder schwer wird. Und dann machen die ihn wieder an Hotfix und hauen wieder alles und du fängst wieder von vorne an mit den Server-Einstellungen. Ich meine wir haben Puppets nach wie vor mal 4 drin. Aber es spawnen halt einfach keine momentan. Oder sie spawnen viel zu langsam und du kannst durchrennen. So wie wir sie das gerade gemacht haben. Das ist halt doof. Wie geht's deiner Familie? Familie? Top. Alle wieder gesund? Seitdem Kinder im Kindergarten eigentlich dauerkrank aber im Moment tatsächlich alle gesund. Toi toi toi. Ich hoffe bei dir Jessica auch. Bitte, kommt von mir Scarface, Bill und Friemel. Herzlichen Dank. An euch drei. Jeder ein Euro. Danke. So. Dann gehen wir einmal zum Händler. Wir werden jetzt die Scar nicht verkaufen. Also die Waffen werden wir jetzt nicht verkaufen. Wir könnten eine MP5 verkaufen. Ich würde es aber Wanny überlassen wahrscheinlich. Wobei mit der gehen wir selber auch noch looten. Vielleicht verkaufen wir eine MP5. Weil wir gehen mit Wanny sowieso auch selber. Mal ganz abgesehen davon. Aber wir haben jetzt mitgenommen wir können mal ganz kurz durchgucken. Wie viel Kohle wir jetzt nur im Gefängnis gemacht haben. Das ist ein Tausender. Das sind 2.000. Gut, müssen wir vielleicht noch hoch reparieren. Das ist nochmal ein Tausender. Waffengruppen. Tausender. 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 Das sind 2.000 wieder. Also das haben wir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 und den Kleinscheiß 7.000. Ich würde mal aufgrund locker 10.000 schätzen. Wenn wir jetzt die Munition und das Visier und so weiter noch verkaufen würden, cool ist, dass wir sogar einen Rotpunkt rausgezogen haben. Ich wäre mal bei 10.000 grob. Zocken gerade zusammen. Wie ihr das euch vorhin schon gelesen. Freut mich. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen, ich glaube, ich habe sogar ein bisschen dazu weigetragen, dass ihr euch drei gefunden habt, oder? Mein Kleiner war am 5. Äh, 4. schon 18 Monate alt. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Und ja, wir haben zusätzlich haben wir noch einen Tarnfleck Wanderhux rausgezogen, was natürlich auch schon mal geil ist. Also ja, lootmäßig, Bombe. Wirklich Bombe. Deswegen, Gefängnis, reinlaufen, Spaß haben, fertig. Kann eine Todesfalle werden, aber wenn man sich weiß, wie man sich helfen kann. Wie gesagt, ich glaube, wir wären klar gekommen, wenn jetzt auch eine Horde gekommen wäre, wären wir glaube ich, wir wären nicht draufgegangen, denke ich mal. So, ein paar Pfeile haben wir auch rausgezogen. Wir nehmen jetzt einmal ganz kurz hier die Behalten-Giste raus und die Verkauf-Giste raus. Jetzt werden wir einmal ein bisschen Zeug wieder verkaufen. Darum ging es ja logischerweise. Den Armierungsschweiter werden wir jetzt behalten, da wir uns eine Werkbank craften möchten. Ähm, Handy können wir direkt hier lassen. Munition, klar, werden wir behalten. 38-Munitation, auch wenn wir damit nichts anfangen können. Just for fun. Wir werden noch sehr viel Blödsinn in dieser Staffel auch bauen. Ich glaube, und 9mm-Komplettes Ding haben wir rausgesucht. Und 9mm-Magazin, was auch sehr cool ist. Also, wir haben noch ein bisschen was vor in der Staffel. So, gilt auch für mich, dank Scar habe ich endlich ein Zuhause gefunden in Scum. Das freut mich sehr. So, ja, kennengelernt, reihend über Mainstream und die Community. Mega. Das freut mich, das freut mich. Vielleicht kann man das auch irgendwie noch ausbauen. Mal gucken. Aber das freut mich sehr, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte, dass ich ein paar Leute gefunden habe, die jetzt gerne zusammen spielen. Das freut mich tatsächlich sehr. Auch hier auf dem Server finde ich immer mega, dass die Leute tatsächlich, es haben sich Squads gebildet, es haben sich vielleicht sogar Freundschaft gebildet, das weiß ich jetzt nicht, aber es haben sich zumindest Squads gebildet und die Leute spielen gerne miteinander und das ist schon sehr, sehr nice, dass ich da zumindest irgendwie dran beteiligt war. Finde ich sehr cool. Wir nehmen mal, wir behalten mal die 76er, die das andere verkauft und die VSS behalten, wir die AKM behalten, wir Trommelmagazin, AKM und Trommelmagazin auch geil. Geile Kombi. Die Fingerlose Handschuhe können wir halten, Polizeimutsche können wir verkaufen, die können wir nicht verkaufen, die müssten wir, wobei 55, die können wir verkaufen. Ähm, das Ding kommt hier rein. Wir werden nachher den anderen Wanderruksack mitnehmen. Ich habe hier auch schon Trommelmagazin sogar. Äh, hier irgendwo habe ich gerade einen Schraubendreher gesehen. Er war in meinem Augenwinkel, ist er aufgeblitzt. Da ist er. Ich habe noch einen gelben Schraubendreher gefunden. Und wir haben schon, das habe ich, das hier ist übrigens der Ludus einmal statt. Mit null Gegenwehr. Weiß ich nicht. So. Dann gehen wir einmal zum Noob Militärischen und verkaufen mal ein bisschen Zeug. Äh, Schraubendreher haben wir auch noch. Einige da. Also, das können wir hier hin, das da da hin, das da da hin. Die VSS werden wir sowieso behalten. Dann kannst du den Face Roller noch einpacken. Das Ding hier. Und dann gucken wir mal. Wir haben momentan 7400 auf dem Tacho. Mal gucken, wo wir landen. Ich sage mal, wir sind locker. Den Ludus, den ich habe, 12.000, würde ich mal locker schätzen. Okay, die MP5. Aber 100% bringt so um die 1000 grob. Naja, der Polizei geht schon wieder nichts zu verkaufen. So, in den Händen haben wir noch den Schlagstock, den wir verkaufen können. Den militärischen Kompass braucht kein Mensch. Und allein da sind wir schon mal wieder bei 1.5. Kohle, Masse sollte ohne Ende. Toastbrot. Hier, Scarface Bill. Danke nochmal für den Tipp. Du hast mich, glaube ich, da aufmerksam gemacht. Ich habe immer mal ab und zu Zeug verkauft aber für 0 Dollar. Seitdem gucke ich da rein. Ich habe übrigens was rausgefunden. Ich bin mal gespannt. Ich werde es nachher mal zeigen. Ich hoffe, ich denke dran. Ich denke mal schon, konnten wir den hier nicht verkaufen? Ich hoffe, ich denke dran. Aber ich will nachher mal was zeigen, weil ich bin mir recht sicher. Verkaufen wir den? Ja, komm, den verkaufen, oder? Ich meine, wir haben einen. Wir werden es, wahrscheinlich werden wir irgendwann einen brauchen, aber ich würde den jetzt trotzdem erstmal verkaufen. Mir ist nämlich was, oder ich habe mal ein bisschen in die Settings reingeguckt, Steuerung und so weiter reingeguckt. Und tatsächlich ist mir ja, was heißt ein Fehler? Zum, dass Dinge aufgefallen, die mir vorher nicht bewusst waren. Die hier in dem Spiel schon gehen. Fand ich sehr nice. Also ich habe da, ich habe es nicht auf dem Schirm zumindest. Ich wette, der eine oder andere im Stream auch nicht. Der eine oder andere wird es kennen und wird sagen, alter Hut, aber der eine oder andere wird es vielleicht auch sagen, oh, das geht. Gucken wir mal. Achso, die Krücke hätte ich bei mir die Heine gerade verkaufen können. Ist egal. Mehr Rennen ein bisschen in den Hunde, erkennt mich. So, also 267, 200, 210, gut, das war klar, dass es nicht viel wert ist. 300, die Sicherung 79, immerhin, 66, hier 42. Den Phrase-Roller können wir ja doch nicht loswerden. Die Krücke geht sowieso nicht. So, sind wir wieder bei 1400. Irgendwie verkaufe ich immer, ich verkaufe gerne so 1500 der Loot-Packung. Aber jetzt haben wir auch schon wieder 10.000 und wir haben halt Kohle, gefühlt machen wir weitaus mehr Kohle wie vor, in der letzten Staffel zumindest. In der letzten Staffel war es so ein bisschen schwerer an Geld ranzukommen. So 10.000 und so weiter war tatsächlich eine, es war zumindest eine kleine Hürde, fand ich. Im Moment 10.000 innerhalb von einer, Folge praktisch. In 30 Minuten reicht 10.000 zusammen. Also irgendwie, das läuft wie geschnitten Brot. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mittlerweile die Preise wieder besser verinnerlicht habe, was Geld wert ist und so weiter und so fort. Wir looten auch relativ gute Locations. Muss man auch sagen, wo halt viel rumkommt, aber ich meine hier Tausender, 700er, nochmal ein Tausender, 3000. Danke. Alles Zeug, was ich in Standard Garage gefunden habe. Gibt es schon eine Base? Jo, die Base gibt's. Gehen wir nachher auch noch hin. Kam heute, glaube ich, die erste Baufolge. Ne, oder? Doch, ich glaube, die erste Baufolge müsste heute rausgekommen sein. Hier, wir haben auch noch zig Wagenheber, die wir verkaufen können. So, pack die hier mal da rein. Das DAO werden wir auch verticken. Ich weiß gar nicht, kaufst du das? Die ganzen Pillen können wir gleich mal loswerden. Verband auch. Die Zigaretten weiß ich gar nicht. Das Kunai. 14.000 haben wir schon. So, das hier, das hier, das hier, das hier. Die haben die Preise allerdings ein bisschen gesenkt, was die Arzneimittel angeht. Also, das sind tatsächlich, die sind billiger geworden. Da machen wir ein bisschen weniger Kohle mit, aber immer noch weitaus mehr als genug. Die erste Baufolge für Member. Ah, okay. Baufolge war ja nicht, dann war die für, äh, für Member. Bei YouTube. Ihr bekommt die dann in, wahrscheinlich in drei Tagen ist sie bei YouTube für jeden dann verfügbar. Also, 400. War der nicht mal ein Tausender wert? 460, der Face Roller. So, die Waffe ist leider nicht viel wert. Das DAO ist 2500 wert und damit sind wir nochmal bei 3, 4. 18.000. Also, 10.000 haben wir schon eingenommen und wir haben noch ein bisschen was, was wir verkaufen können. Unter anderem die Wagenheber, Licht, die ganzen Böller, das Bier, Brille, die Schülchen, das Ding hier, die Hosen, noch ein, kriege ich nicht noch irgendwie mit, ja, oder? Dann würden wir nicht 20 mal laufen müssen. So, du hier rein. Gummihandschüchen passen auch da rein. Genau, die Basis halb im Berg, das ist die. Sehr, sehr coole Basis. Sehr scheiße zu bauen. Also, wenn ihr, wenn ihr viele Hassmomente haben wollt, euch selber hasst, wieso euch das antut und so weiter, baut im Berg oder im Steilhang. Kann ich euch nur empfehlen. So, 3 Dollar so ein Bier, geil. Aber hier, 47 immer so ein, so ein Böller. Bier lohnt sich nicht, Böller lohnt sich. 14 Dollar, okay, sind nochmal 800 oben drauf. Hier mal kurz mal drüber schauen, kann ich euch wirklich empfehlen. Ich hab den Fehler gemacht, hier immer nicht reingeguckt. Wenn ab und zu mal was für 0 Dollar auftaucht, gerade sowas wie Schraubendreher und so weiter, nochmal drüber schauen, was ihr alles gerade verticken wollt. Hier übrigens Geld des Händlers ist 0. Wir kriegen trotzdem das Bargeld, das ist ein Anzeigefehler. Nicht wundern. Wenn da mal 0 steht, er sollte eigentlich genug Geld haben. Ist einfach ein Anzeigebugs. Sie kriegen es nach wie vor nicht richtig gebacken, leider. Gibt ein paar Baustellen. Das kam leider nicht so gut, bisschen verpackt und so weiter, aber man kann es spielen. Und ja, Spaß haben wir trotzdem. Also ich zumindest. Haben wir noch so einen Pfoten, noob. So, das sind nochmal 900. Und dann sind wir bei 20.000, das heißt 13.000 haben wir jetzt grob gemacht mit dem, was wir einstecken hatten, ohne, dass wir bis auf die eine MP5 irgendwas aus dem Gefängnis groß verkauft hätten. So, Kiste wieder leer. Und wir haben noch sämtliches Zeug aus dem Gefängnis eigentlich einstecken. Gut. Dann können wir jetzt einmal, wo ist das dringen? Dann können wir jetzt gleich einmal losziehen und können Pfeile kaufen. Was, eine Warnmeldung? Warnmeldung bei Watt. So, wir haben 55 Rumpunk, ne, 56 Rumpunkne mittlerweile sogar. Holla die Waldfee. Wir können uns mittlerweile mit der Kleidung kaufen, was wir jetzt noch nicht kaufen können, aber wir haben mittlerweile eine stichsichere Weste. ist Rüstung, die können wir erst nach 75 Rumpunkn kaufen, aber wir können Pfeile kaufen und zwar können wir Metallpfeile mit breitem Kopf kaufen und die normalen. Wir kaufen die mit breitem Kopf. Geld spielt keine Rolle. Wir haben im Moment 20.000 auf dem Kondo. Ich habe keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen, ehrlich gesagt. Deswegen, wir kaufen mal 36 Stück. Das sind 2.000 Dollar. Wir haben übrigens was, 630 Dollar Bargeld sogar. Und ja, Geld irgendwie in dieser Staffel überhaupt null Problem. Das sollte erstmal reichen. Wir verschießen jetzt sowieso erstmal noch die normalen, aber dann werden wir keine mehr herstellen und haben immer noch 19.000. Das einzige wäre sogar, ich hätte jetzt sogar das Geld 8.000. Könnte man nachdenken. Tatsächlich 8.000, das ist sehr günstig, weil es liegt bei 10.000. Sollen wir 9.000 für ein Waffencleaning Kit ausgeben? Boah, schwierig. Problem ist, Magazine haben halt noch keins. Ich bin der Meinung, wir haben für die AS Wall zumindest ein Magazin, glaube ich. Wie weit ist es nicht? Ja, wobei es geht. 77%, 75%. Es ist nicht das Problem. Hier, Rucksack für Wanni. Okay. So, Gefängnis haben wir durchgelootet. Das hat sich mega gelohnt. Jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Ich würde tatsächlich sagen, das schreit mittlerweile sogar fast nach Bunker. Bunker würde ich allerdings die Metallpfeile dann nehmen. Hier haben wir auch nochmal Metallpfeile auch gelootet, ja. Aber, vielleicht mit Backup-Waffe. Es ist noch die Frage, ob wir umbauen. Ja, wir bauen schnell um. Wir haben ja Zeit, oder? Ich hoffe, ihr habt es heute nicht allzu eilig. Ich zumindest nicht. Dann bauen wir schnell noch um. Ähm, die Magazine, das hier rein. Das Rotpunkt-Visier können wir eigentlich gleich auf die Waffe noch ein Fass mit draufschreiben. Äh, Schraub, Schreiben. Alles klar. Wir schreiben es drauf. Die Schere könnte man sogar fast mitnehmen, wenn man Lumpen bräuchte. Allerdings haben wir Verbände. Also, sterile Verbände. Die habe ich extra mitgenommen. Deswegen sind wir da eigentlich safe. Das hier können wir rausnehmen. Das hier kann raus. So, einmal Rucksack tauschen. Rucksack hier rüber. Hier können wir noch die M9-Taschenlamme dran bübeln. Wobei da die Batterie sowieso fehlt. Also, die funktioniert nicht. Solange wir da keine Batterie einsetzen. Äh, ich habe Hunger. Ich würde sagen, wir nutzen unseren Reichtum. Rindfleisch. 100 Kalorien nur. Das kriegen wir auf, oder? Ähm. Öffnen. Mit dem Bushman. Dann hauen wir uns schnell mal diese Ravioli mit Rindfleisch rein. 1.900 kostet, äh, voll tanken Wolfswagen. Okay, 2.300 Rager. Ich finde tatsächlich, das geht noch. Also, ich finde es sogar noch verhältnismäßig eigentlich sehr günstig, muss ich sagen. Ah, 0 Verkäufe und wenn der Händler kein Geld hat, da kommt eine Mahnmeldung, die man aber ja nicht liest. Ne, Mahnmeldungen werden konsequent weggeklickt. Da kommt eine Meldung, da gibt es okay, ich klicke auf okay, ohne die Meldung zu lesen. Hallo, das ist gang und gäbe. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich mache das genau so. Ja, okay, so viel zu meinen Ravioli, jetzt habe ich aufgepasst. Bleibt uns was? Ne, oder? 6%! Yes, aber wir haben noch ein bisschen gegrilltes Fleisch. Leider, ähm, sorgt das halt dafür, dass wir auch austrocknen, praktisch. Ah, guck mal, eine Auflage haben wir auch noch. Fängt das eigentlich von vorne wieder an? Ich habe das noch nie gemacht. Warte mal hier. Ja, tatsächlich fängt von vorne wieder an. Also, geht nicht weiter, sondern fängt von vorne wieder an. Und hier darf man halt nicht weiter, wie seit, ich würde mal sagen, drei Viertel kommen, damit der sich Charakter nicht übergibt. Die war halt leider schon etwas, naja. Deswegen aufpassen, was man so isst. So, ähm, wir brauchen Lebensmittel. Ich bin überlegen, aber ich glaube, wir kaufen, kaufen wir Fleisch. Milch wäre eigentlich ganz okay. Ja, komm, wir kaufen mal Milch. Milch wäre tatsächlich ganz gut. Nehmen wir mal zwei Packungen Milch mit. Und wir kaufen ein bisschen Fleisch. Was wir dann noch zubereiten können, ist nicht das verkehrteste, was wir machen können. Können wir noch ein bisschen grillen, ein bisschen kochen, skillen und so weiter und so fort. Würde jetzt aber erstmal bei Fleisch ganz normal bleiben und jetzt nicht irgendwie anfangen, schon mal andere Mahlzeiten zu kochen. Das lohnt sich momentan noch nicht. Dann nehmen wir noch mal, ja, wir nehmen die Bärenstakes. Wir nehmen mal drei Bärenstakes. Die sind aber mit 1100 tatsächlich relativ teuer. Haben aber dafür auch viel Kalorien dann am Ende und viel Protein vor allem auch. Was natürlich gut ist für den Körper. Und wir haben immer noch 17.000 und wissen sowieso nicht, was wir mit dem Geld anfangen können. Weil wir können momentan noch nichts kaufen. Zumindest nichts, was einen wert hätte. Achso, MRE-Pakete nehmen wir noch zwei, drei mit. Guck mal hier. Ich glaube da, man erkennt sogar noch so leicht die Struktur. So ein bisschen zumindest. Essen. Mein Lieblingsfutter ist ja in dem Spiel MRE-Pakete, aber die sind halt echt geil. Also kannst du sagen, was du willst. Wir nehmen, ja wir brauchen eigentlich hauptsächlich erstmal was. Thunfisch ist super, wenn du Muskelaufbau, Charakterlevels und so weiter würde ich immer Thunfisch nehmen. Sonst lohnt sich tatsächlich Chiefsburger und so weiter. Einfach weil die Kalorienanzahl mit 1800 sehr hoch ist. Rindfleisch geht auch. Sah aus wie Suppe. Ich hab Suppe gemacht. Möchte jemand?